Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Beim letzten Mal haben wir ein paar Assassinen, einen Assassinen rekrutiert, nicht nur einen Assassinen rekrutiert, sondern wir haben ihn aber ausgebildet, haben ihm beim Kampf gegen einen Verräter geholfen. Leider konnte der Verräter aber entkommen und wir haben erste Informationen über das Herstellen von Bomben gelernt. Und... Was? Nur weil ich klettere? Ein bisschen sinnlos, oder? So, ganz ruhig. So, und jetzt sollen wir zu Piri Reis. Der hat einerseits Informationen dazu, wo wir etwas über Nikolopoulos oder welche von den Masjav-Schlüsseln finden können und er weiß, wie wir weitere Bomben herstellen können. Also schauen wir uns doch mal bei ihm um. Hallöchen, mein Freund. Piri Reis. Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis? Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Si. Er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ah. Ihr müsst dieser Florenzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Aber fast. Das klingt doch alles gleich. Ja. Die alte Polofaktorei. Westlich der Aja Sofia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Pumpen zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit pro Urlaub zum Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ja, das glaube ich. Ich habe verschiedenste Bomben nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf, falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Gut, und ich würde sagen, das machen wir jetzt als erstes, bevor wir uns nach Nicolopoulos Handelsposten umsehen, werden wir jetzt mal die verschiedenen Bombentypen kennenlernen, weil die sind wirklich sehr hilfreich. Ja, Warnung akzeptieren. Köpäck-Orlor. Ich muss diese alten griechischen Karten mit den Daten von Admiral Kolumbus abgleichen, aber es ist als Vergleiche man Karten von der Erde und vom Mond. Was für ein Chaos. Ah, Ezio. Erfreut mich. Lasst mich euch was zeigen. Wie wäre es mit diesen Giftbomben? Wie tödlich sind die? Recht tödlich, Durstung. Wir destillieren unser Gift aus der Datura-Pflanze. Eine hübsche kleine Blume mit tödlichem Geheimnis. Diese hier tötet. Langsam, aber sicher. Ja, wie nett. Seid vorsichtig. Zu eurem Wohl. Und dem Anderer. Gut, ja. Jetzt lernen wir als erstes die Giftbombe kennen. Oder eine Giftbombe. Gibt es natürlich auch verschiedene Kombinationen. Benutzen sie eine Datura-Bombe, um die byzantinischen Templer zu eliminieren, die für den kürzlichen Diebstahl von Bombenkomponenten verantwortlich sind. Entschuldigung, da musste ich ganz kurz niesen. Keine Distanz- oder Nahkampfwaffen einsetzen, um das Ziel zu eliminieren. Also im Prinzip nur Bomben. Aber ich meine, solange die tödlich sind, ist das ja kein Problem. So. So, ja. Jetzt wird uns, also das wird uns jetzt ganz locker einfach erklärt, wie das Ganze funktioniert. So, wir werfen jetzt da die Datura-Bombe hin. Jetzt entsteht da ein kleines, ein bisschen Gift um die rum. Das löst sich aber sehr schnell auf, sodass wir da locker durchlaufen können, ohne selbst vergiftet zu werden. Was ziemlich super ist. Irgendwie. So, und jetzt versuchen wir, die da noch zu giften. Und los. Ich sehe alle erwischt. Das isolierte Ziel unentdeckt eliminieren. Jetzt kommst du doch sicher gleich, genau. Gift. Kein Zweifel. Und tschüss. Jemand muss es was wissen. Schiebt eure Ärsche hier rüber. Habe ich ihn getroffen? Ja, wollte ich auch sagen. Das wäre es ja jetzt gewesen, wenn ich ihn nicht getroffen hätte. Das war's mit dir. Ah, mein Junge. Tja. So viel dazu. So, genau. War's das jetzt nicht schon? Oder muss ich jetzt noch irgendwas machen? Ja. Super. So, jetzt muss ich bloß kurz überlegen. Muss ich jetzt zu Piri Reis zurückgehen? Ich glaub ja, ne? Ja, genau. Jetzt können wir da Tura bei Piri Reis kaufen. Ich sag mal so, ich werd eh nicht viel kaufen bei Piri Reis. Aber na gut. Ja, hier gibt's wieder diese Herausforderung. Aber mein Gott, so wo ist denn? Wo sind wir denn gerade überhaupt? Das ist das Problem. Man wird dann immer an irgendwelche Orte geschickt. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir den gleich auch noch machen. Haben wir irgendwelche anderen Bomben noch dabei? Ne. Natürlich nicht. Und ich müsste mir endlich mal... Sollte ich mir vielleicht endlich mal auch... ... ein paar Kugeln für meine Pistole besorgen. Wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee. Dann holen wir uns mal diese Feste hier, würde ich sagen. So, wir machen erstmal... Wir untersuchen das Ganze hier erstmal ein bisschen. Da ist eine Kiste. So, auf den Dächern wird er wahrscheinlich nicht sein. Aber von hier hab ich natürlich die bessere Übersicht. Krähenfüße. Wozu die gut sind, werden wir auch noch feststellen. So. Wo bist du denn, mein Freund? Hier sind so wenig Templer. Kann das sein? Einer von euch? Ich glaub ja nicht, oder? Der würde da nicht einfach Wache stehen. Einer von euch? Ne, auch nicht, oder? Ah ne, das sind normale Wachen. Wenn, dann gelbe Ziele. Zum Anvisieren. Ja, verdammt. Hat er mich gesehen? Ja, hat er. Äh. Ist übrigens überhaupt noch was in der Nähe? So, jetzt hat er zumindest erstmal... Zack. Da unten waren welche. Die könnten's gewesen sein. Ah, die sind grad da durchgegangen. Verdammt. Mal hinterher. Ja. Zu nah. Das sind sie aber nicht. Wo könnte der denn sein? Verdammte Kacke. Wo hat er sich denn hinverkrochen? Und was hab ich denn jetzt gefunden? Auf der Karte. Wer weiß. Wo ist der denn? Ich muss mich aber erstmal um den da vielleicht kümmern. Der könnte sonst, glaub ich, nervig werden. Und tschüss. So. Dann schauen wir doch mal. Wo ist er denn jetzt? Nix. Hat mich jemand gesehen? Ne, es war nur ein Schrei. Ah, da könnte er sein. Jawohl. Gefunden. So, jetzt muss ich ihn nur noch irgendwie eliminieren. Ich glaub, jetzt kommen die Giftpfeile wieder zum Einsatz. Falsch. 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 So, hoch da. Komm, kletter hoch. Wir haben nicht so viel Zeit. Wo ist er denn? Super. Das war's mit dir. So. Hätte auch einfach den Assassinen rufen sollen, aber in dem Gebiet ist es dann, kann es locker mal passieren, dass der auch stirbt dadurch. So, wir können uns in der Zeit ja schon mal zurück zum Turm machen. Ja, danke. Manchmal öffnet sich das nicht gleich. Solange der stirbt. Und tschüss. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie auf den Turm kommen. Ich könnte dich aber auch mal plündern. Ich mein, der hinten stirbt ja eh noch. Wie lange braucht der denn zum Sterben, verdammt? Ah, endlich mal Kugeln. Gibt's ja nicht. So, wie viele Wachen sind denn hier noch? Komme ich da hoch, ohne dass die mich sehen? Ja, schaffe ich. Zack. Ach, ihr idiotischen Templer. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst. Die haben nichts gemerkt. Überhaupt nichts. Ist da oben irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann holen wir uns natürlich erstmal den Aussichtspunkt, weil wir haben es ja drauf. Wir können uns das leisten. Und dann zünden wir das Ganze an. Dann haben wir erstens wieder Platz für Rekruten. Und zweitens haben wir dann direkt hier kein Problem mehr mit diesen blöden Templern. Können die uns nicht mehr so nerven. So, damit wäre das geschafft. Und wir können weiter. Ah, da drüben wäre gleich einer zum Rekrutieren. Ein Assassine. Das hat mir jetzt übelst gebracht, hier rauszukommen, ey. Na komm schon, hoch da. Zwei neue Assassinen. Juhu. Wer ist denn da unten? Ja, gucken wir mal, wen wir da rekrutieren können. Hui. Eine Taschendiebe. Ah, okay. Identifizieren wir sie. Wer ist denn die Taschendiebe hier? Ist sie das? So, dann sprechen wir doch mal mit der armen Frau. Versucht nicht, alles Geld auf einmal auszugeben. Von welchem Geld sprecht ihr? Signora, ich erkenne einen Taschendieb, wenn ich ihn sehe. Eure Technik ist gut, aber nicht perfekt. Es geht? Bis zum heutigen Tag wurde ich nie erwischt oder verdächtigt. Ich zeige euch ein paar Kniffe. Ich brauche keinen Lehrer. Das kann ich beweisen. Gebt mir eine Minute und ich stehle mehr als ihr an einem ganzen Tag. Na, das werden wir sehen. Fangt an. Eine Herausforderung also. Gut. Wir sollen... Äh, wir sollen im Prinzip was stehlen. Wir müssen eigentlich bloß einen richtig guten erwischen. Komm schon, komm schon. Gleich haben wir es. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen verstecken. Weil sonst kommen gleich alle an und wollen sich mit uns messen, sag ich mal. Weil wir ihnen ihr Geld geklaut haben. Deswegen verstecke ich mich jetzt mal ganz kurz. Und dreht mit der Taschendiebin. Eppala. Na, na, na. Ganz ruhig. So. Irgendeiner von euch noch sauer? Mich dürfte ja jetzt keiner mehr kommen. Ich bin ja vollkommen weg. So. Verfluchte Geizhälse. Hat denn heute keiner irgendwelche Münzen dabei? Nun, meine Beute war recht gut. Habt ihr euren freien Tag? Bevormundet mich nicht. Ich bin eine gute Diebin. Ihr habt es selbst gesehen. Das stimmt. Und ich wäre erfreut, wenn ihr euch den Assassinen anschließt und euer Talent sinnvoll einsetzt. Hm. Das könnte ich tun, ja? Ich kann nicht ewig von den Früchten anderer leben. Ja, gut. Damit haben wir. Ja, die Namen sind ein bisschen komisch. Die merke ich mir sowieso nie. Die ganzen Namen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen zu unserem nächsten Gebiet. Oder wir gehen nochmal zu Pirireis. Wo war denn Pirireis gleich noch? Der war doch hier irgendwo, oder? Beim Bazar. Wo ist denn das Ding von Pirireis nochmal? War das nicht hier irgendwo? Komisch. Hä? Warum ist das nicht mehr auf der Karte markiert? Ach, da ist Pirireis. Okay. Ne, dann holen wir uns schnell den. Assassinen rekruten noch und gehen dann wieder zu Pirireis, um eine weitere Bombe. Um das Wissen über eine weitere Bombe zu erfahren. Ja, jetzt wird es ein bisschen nebengequestet, aber mein Gott. Ach, der scheint da oben irgendwo zu sein. Dem Bürger helfen. Ja, super. Der ist irgendwo oben. Wie soll ich da schnell rankommen? Beeil... Nein. Beeilung. Das ist schon wieder eine Frau. Irgendwie viele Frauen hier, habe ich das Gefühl. Die von Bürgern... Äh, von Wachen angegriffen werden. Und du noch. Ihr seid nicht allein, Arkadessin. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Ja, macht das bitte. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Super. Oh, wir sind schon ziemlich bekannt, merke ich gerade. Das ist eher ungünstig, aber na gut. Nehmen wir den gleich mal mit. Die kennen wir ja auch noch, wie wir... Hier gibt es nicht ganz so viele Steckbriefe mehr wie in den vorhergehenden Teilen, muss man sagen. Da kostet das ein bisschen mehr. Äh... Warum kann ich dich nicht bestechen? So, bitte. Aber es kostet auch nicht mehr so viel wie früher, als es geht. 100 Münzen, ich glaube für 25%. Das ist schon in Ordnung. Es gibt, wie gesagt, auch die Steckbriefe, aber die findet man irgendwie nicht mehr so oft. So, dann gehen wir zurück zu Piri... Race. In welche Richtung? Die Richtung. Und gucken mal, was der noch so für interessante Bomben für uns hat. Oh. Zeug für Bomben. Nehme ich immer gerne mit. Solange wir nicht alles voll haben, kann ich alles gebrauchen. So, wir klettern mal da hoch, weil es sieht so aus, als müssten wir eh da hoch. So. Und zack, gleich sind wir schon wieder da. Ach, das geht schnell. Geht gar nicht so. Oh, mehr Zeug für Bomben. Ich meine, momentan werde ich eh noch keine herstellen, da die Bomben... Ein Echtart lebt. Bei jeder... Ähm, bei jeder einzelnen... Mission von Piri Race wieder zurückgesetzt werden. Naja, lohnt es sich noch gar nicht so viele herzustellen. Außerdem habe ich ja noch gar nicht so viele Zutaten. Und wir wissen noch gar nicht, was wir mit den Bomben alles anfangen können. Deswegen werden wir das jetzt erstmal... Werden wir erstmal noch ein bisschen Nachforschungen zu Bomben anstellen. Und alle hopp. So, dann können wir hier wieder in den Haufen springen. Und sind direkt bei Piri Race. Für eine weitere Lektion in Sachen Bomben. So, dann zeig doch mal... Schwarzmarkt. Ach ja, die können einem auch Bomben-Sachen verkaufen. Aber die haben nicht immer alles. So, nehmen wir doch einmal nochmal hier den hinten. Das ist ja jetzt ein neues. Ich benutzte meine erste Bombe, bevor ich 20 war. Ich segelte unter einer unbekannten Flagge über das Mittelmeer und nannte mich Freibäuter. Heute sagen wir Pirate. Oh, der scheint Spaß am Leben zu haben. Wir fehlen die Tage auf rauer See. Die Gischt und die wogenden Wellen. Eines Tages werde ich wieder ein See stechen. Doch bis dahin bin ich für meine Assassinen da. Hier, eure Bombe. Benutzt sie mit Sorgfalt. Danke. Mal sehen, was wir diesmal für eine Bombe bekommen haben. Der Donner. Benutzen sie eine Bombe mit Verzögerungshülse, um ein treffend dubioser Händler zu beenden. Niemanden töten. Na gut. Das kann ich. Niemanden töten heißt einfach bloß immer schnell verschwinden. So, jetzt haben wir eine Donnerbombe. Ich würde erstmal die Donnerbombe gerne auswählen. Aber ist eine Donnerbombe nicht eine Bombe zum Töten? Wie kann denn das dann gehen mit niemanden töten? Wahrscheinlich darf ich sonst niemanden töten oder sowas. So. Ja, jetzt wird uns gezeigt, was die Verzögerungshülse macht. So, es gibt ja die normale Bombe, die wir kennen, die beim Aufschlag explodiert. Aber es gibt auch welche mit Verzögerungshülsen. Die explodieren erst kurz nach dem ersten Auf... Äh, ich glaube drei Sekunden nach dem ersten Aufprall. Das heißt, wir können sie gegen die Wand werfen. Sie prallt ab. Und explodiert jetzt. So, und jetzt müssen wir nur noch weg. Tja, und das waren die Donnerbomben. Beziehungsweise, es geht ja hier vor allem um die Verzögerungshülse. Man kann auch normale Bomben direkt kaufen, sag ich mal. Aber ich stelle sie mir lieber immer selbst. Ja, es kostet nicht so viel und ist ein bisschen lustig. Da kann man ein bisschen genauer gehen. Also, das war jetzt eine genaue Donnerbombe als Einführungsmission für die Verzögerungshülse. Und wir sind jetzt auch... Da wir jetzt eh ziemlich nah hier an der Hauptquest sind, würde ich sagen, dass wir uns jetzt noch den Aussichtspunkt erholen. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann an die Hauptquest. Auch wenn wir noch nicht alle Bomben haben, aber es ist ja nicht so schlimm. So. Ach Mist, ich wollte eigentlich hoch. Meine Güte. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte natürlich auch gerne weitergemacht mit mehr Bomben in der Tasche. Aber da wir jetzt eh direkt an der Hauptquest sind, wäre es blöd, die jetzt... Oder jetzt daran vorbeizurennen. Weil die Wege sind wie immer weit und man muss es ja nicht schlimmer machen, als es ist. Ja. Halte ich nochmal fest. Und ich weiß ja auch vieles über manche Bomben. Das heißt, ich kann die ja im Notfall auch so verherstellen. Das Problem ist bloß, dass wir ja die meisten Zutaten jetzt noch nicht von Pirirace kaufen können. Und jetzt kann ich das Adlerauge erstmal ausmachen, wenn ich sowieso nur an das Ding gucke. Äh. Da hoch, bitte. Und zack. Und zack. Ja, irgendwie kriege ich oftmals halt, wie gesagt, nur den Zweier hin. Aber es reicht ja auch. Geht in jedem Fall trotzdem schneller. Zack. So, weiter hoch. Komm schon. So, hier oben ist doch bestimmt noch was anderes. Außer... Aus einem Leuchttor, äh, einem Aussichtspunkt, oder? Du willst mir doch nicht sagen, dass da oben nichts ist. Ne, da ist wirklich nichts. Verarscht mich doch. Nein. Das war so nicht geplant. Ach. Nochmal da hoch. Geil. Danke, Spiel. Das war so überhaupt nicht geplant. Das war eine Variante. Das kannte ich auch noch nicht, dass das passiert. Ach. Ich sollte einfach hoch mit dem Adlerauge gucken. Das reicht in der Regel schon, um rauszufinden, ob da irgendwas oben ist. So, weiter hoch, bitte. Und abwärts. Äh, aufwärts, nicht abwärts. So. Jetzt haben wir auch den Aussichtspunkt erklommen. Können ihn synchronisieren. Und ich würde sagen, wie wir uns in der nächsten Folge daran machen, weitere Informationen über Nikopolos, Nikolopolos Tagebuch herauszufinden, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Bis dahin. Ciao.